Die Spiele und das Zusammendrehen. Dass ich eine schöne Rolle bekommen habe und das Essen beim Asia King. Also ich fand es gut, dass man auch Leute schminken konnte und selber mitmachen konnte und viele Freunde finden konnte. Das Zusammensein und das Essen. Eigentlich alles. Das Spiel mit dem Darsteller von Peter. Joshua. Dass alle zusammengehalten haben und niemand ausgegrenzt wurde oder so. Einfach alles. Die vielen Spiele und dass wir auch Teamarbeit gemacht haben. Dass die vieles unternehmen, dass es Spaß macht und dass wir uns aber nicht langweilen. Alles. Mir hat alles gefallen. Ich glaube die Mühe, die sich hier für den Film gemacht wird. Deshalb, ja. Mir hat besonders gefallen, dass ich eine Rolle gekriegt habe und dass es Spaß gemacht hat. An die Halle. Das Essen hat lecker geschmeckt. Es war spannend beim Dreh und die Leute haben gut geschminkt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Leuten und auch andere kennenzulernen. Also ich finde es gut und interessant. Wir haben Theater, wir haben Film gemacht, wir haben gesprochen. Alles war schön. Okay. Vielen Dank.